Schönen guten Tag, liebe Zuschauer. Let's Play Civilization 5 geht in die nächste Folge. Eine weitere Folge aufbauen, konsolidieren, das Gold und ein bisschen um die Zufriedenheit kümmern. Weiterhin rüsten wir natürlich so ein bisschen auf, sammeln Einheiten, um dann auch bald mal wieder in Angriffsposition zu gehen. Dafür möchte ich aber noch ein bisschen Zufriedenheitspuffer eigentlich aufbauen. Nicht, dass wir dann gleich wieder in die völlige Unzufriedenheit geraten, sobald wir den Krieg begonnen haben. Und dann wieder Terror-Einheiten auf unserem Gelände auftauchen. Das wollen wir nicht. Ach, wir müssen noch ein Produkt wählen. Ich warte gerade. Coruscium ist noch mal was für die Zufriedenheit. So, wir sind zusammengestaucht, weil die hier, glaube ich, kürzer geworden sind, die in den Zahlen. Ich weiß es gar nicht, wenn man das jetzt nicht mehr so überlappt. So, wegen Landeinheiten. So, er möchte lieber, dass wir erst mit dem spielen. Oder schießen. Das Schlachtschiff ist auch schon deutlich besser. Jetzt kommen wir hier auch voran. So, nähe so Vorteilen. Bombardierung, Kampfstätte gegen Landeinheiten. Kampfstätte gegen Städte. Das sage ich mal, gegen Landeinheiten. Müssen wir mal hoffen, dass wir das Schiff wegkriegen. Hat funktioniert. Hier haben wir auch einen Riesenkiller. Einmal Umwerksehlen, einmal im Offenen. Sofortheilen, nein, gegen Einheiten. Ja, und dann kann er sich eigentlich schon mal heilen. Haben wir hier noch nicht noch. Da haben wir noch eine. Eine Fläche Land. Hier kommt mir erst mal wieder hier ins eigene Land zurück. Hier kriegt man wieder relativ schnell durch. So weit wie möglich. Oh, kein Kraftwerk. Ich weiß nicht. Bomber bringen uns da nicht so viel. Das ist zu weit weg, um mit den kleinen Bombern hier weit rüber zu fliegen. Das lohnt nicht. Wo wir eigentlich vielleicht gut in Dresden noch Bomber stationieren könnten. Und so noch ein bisschen mit unserem 40er Öl anfangen können. Ich glaube, das kann nicht schaden. Wird so wahrscheinlich ein bisschen anstrengend, hier rüber zu verlegen. Oder mehrfach zwischenlanden müssten. Oder müssen. Ja, eigentlich haben wir hier genug Schiffe, ne? Also das ist schon echt übertrieben viel fast. Dann lass uns doch hier auch noch ein paar Bomber bauen. Aber es da müssten sie ja kommen. Und wenn wir wieder Aluminium haben, können wir sie updaten. Aber dann haben wir natürlich ein Öl verschwendet. Naja, das Updaten kostet ein bisschen Gold, was wir da hinkriegen. Das andere kriegen wir ja immer nicht so gut hin. Seehafen. Dann mal weiter mit Bibliothek. Naja, es dauert mal eine Runde. Eine Runde ist ja immer blöd jetzt. Also für Regeln. Kommen wir ja wirklich gar nicht so gut voran. Stadion, Theater, sind wichtige Gebäude für die Zufriedenheit. Also geben wir das nochmal in Auftrag. Wo ist der denn eigentlich hin? Hier. Stopp. Nicht an, oder nach vorbeifahren. Ne, wo will der denn eigentlich hin? Wir haben hier gar keine Einheit mehr. So, das war dann Sommer 39. No, minus 2. In der Stadt Hamburg wurde ein großer Händler geboren. Das klingt doch schon wieder nach goldenem Zeitalter. Haben wir bisher auch noch nicht so oft gehabt. Wird ja mal wieder Zeit. Ich glaube, da kommen wir nicht hin, ne? Das sehen wir gleich. Handelsmissionen. Nö, goldenes Zeitalter. Können wir nämlich wieder ein paar Einheiten oder irgendwas kaufen. Nachher gleich. Was auch immer. So sehen wir dann. Den wollen wir mal schnell versenken jetzt. Hätten wir auch erst noch ins, unser eigenes Theitorium fahren können. Vielleicht ein bisschen geschickter gewesen. So, was? Ja, hier müssen wir mal wieder was kaufen. Das dauert ja alles zu lang. Werkstatt. Und ein Aquaduct. Okay. Weiter geht's. Mit Hannover. Ja, was macht hier bitte noch Sinn hier unten? Ein Aquaduct macht noch Sinn. Können wir da dann gleich schon was bauen? Das dauert auch nicht mehr lange. Da gehört das auf jeden Fall uns, das Aluminium. Leider kommt hier irgendwie Aluminium bei uns deutlich weniger vor als Uran. Uran. Uran haben wir genug. Aluminium nicht. Oder ich sollte einfach mehr Atomraketen bauen und das dann relativ schnell beenden, das ganze Spiel. Ja, könnt ihr mal Vorschläge machen. Ich werde mal Kommentare hinterlassen. Ich weiß auch nicht genau, wann ihr die Folge seht. Ob ich da dann noch drauf eingehen kann, bevor die letzte Folge aufgenommen wird. Kommt so ein bisschen drauf an, wie lange sich das hier hinzieht. Und wie gesagt, das Gelände und offenes Gelände ist ja immer unser Standard hier. Und noch haben wir kein Aluminium gegen unsere Funktion. Kampfstärke bei einer Luft-Raumsäuberung. Abfang feindlicher Flugzeuge. Zwei Einsatzreichweite, Kampfstärke gegen Marineeinheiten, Kampfstärke bei einer Luft-Raumsäuberung. Stellungswechsel. Naja, soweit geht das nicht ganz. Wir können aber hier zwischen die zwei Einheiten schafft das scheinbar nicht. Die zwei Felder. Wir kaufen das einfach mal. Damit die schon mal loslegen können. So, du musst ins eigene Gewässer fahren und dich ein bisschen regenerieren. Du musst in Bereitschaft bleiben. Das kostet nichts weiter. Ja, dann können wir das hier doch eigentlich auch machen. Hm, Frontturm. Naja, wir haben... Das bringt ja nichts. Ich meine, naja, Lenkraketen brauche ich, will ich nicht. Bautrop bringt mir jetzt ja auch nichts. Bomber kann nur noch bauen. Fünf Runden. Na, wir machen doch nochmal den Funkturm. So, könnt ihr so weit angreifen? Ne, können die natürlich nicht. Könnt ihr mal da drüber fliegen. Die haben echt keine Reichweite. Die Bomber. So, Kampfroboter. Ich glaube, da ewig, bis der hier sein wird wahrscheinlich. Neun Runden. Oder vier Jahre, viereinhalb Jahre oder so. Aber ich denke, vorher werden wir noch gar nicht in Angriff gehen. Ich weiß es noch nicht genau. Dann könnten wir hier noch einen bauen. Vier Runden. Wir haben ja noch Uran. Hier brauche ich eigentlich nichts mehr. Außer ein bisschen Wohlstand. Hier haben wir noch eine Menge zur Auswahl. Bank. Bank in Washington. Wahnsinn, das viele Städte. Echt ein großes Volk. Wie viele Einwohner haben wir eigentlich mittlerweile? Gute Frage, oder? Sollen wir gleich mal gucken. Hier können wir das ja gucken. 110 Millionen Einwohner. Überall erster. Nur in der Zufriedenheit sind wir letzter. Wir sind aber gar nicht so übermäßig stark. Also 684.000 haben wir. Durchschnittlich sind es natürlich 500. Und der letzte sind 300. Also werden die anderen auch um die 400. 450 haben. Hätte ich ein bisschen schwächer erwartet. Der kann nicht so weit. Kann er denn da hinfahren? Klar nicht. Ja, dem bringt mir hier nichts. Kannst du wieder zurückschippern. An altbekannte Wirkungsstätte. Ja, nächste Runde. Verlassen wir das Jahr 2040. Die Japaner sind auch in der Zukunft angekommen. Lasan sucht eine Einheit. Großer Ingenieur oder so. Können sie selber keine produzieren. Wir geben keine unserer guten Einheiten ab. Ja, noch schöner. Mal Kornspeicher für die Tempel. Mach irgendwas. Oh, wir würden sich mein Großen Ingenieur frei. Ich würde mich auch über... Aha, jetzt auf... Oh, jetzt habe ich das Schiff weggeschickt. Und schon stehen da auf einmal so ein paar Barbaren rum. Düsenjäger. Immerhin schon mal ein. Hannover. Garten, Opernhaus, Kaserne, Stadtmauern. Ja, ein bisschen was für die Verteilung. Stadtmauern sollten wir vielleicht auch überall einmal haben. Einfach nur haben. Das ist echt entspanntes. Ja, Erfahrung sammeln. Hier können wir nochmal wieder was Neues wählen. Den Hafen haben wir hier noch nicht. Ein Stadion vielleicht. Hier nochmal ein Tempel. Hier haben wir noch einen Bomber, der gerne im Einsatz fliegen möchte. Also, dass die noch nicht angreifen. Ich meine, die müssten ja eigentlich auch hochgerüstet sein, theoretisch. Ich weiß es gar nicht. Wieso haben wir hier eigentlich gar kein U-Boot? Das nervt mich ja gerade ein bisschen, ne? Weil die werden hier vielleicht auch U-Boote haben. Ach, ich brauche hier nichts mehr. Ein bisschen nach Wohlstand. Wenn wir Einheiten kaufen können. Ja, Atombombe, Atombombe, Atombombe. Die kann man aber irgendwie nur transportabel. Die haben wir eine kleine Einsatzreichweite. Atomrakete haben wir ja auch irgendwo. Die können wir nicht, weil da fehlt uns Aluminium. Das sind immer noch diese alten, kleinen Artillerien. Wobei, die kann man immer noch kaufen. Oder bauen. Muss ja nicht alles vielleicht kaufen. Hier haben wir noch eine ganze Menge, würde ich gerade mal so erinnern. Schmiede, fangen wir damit mal an. Tempel. Die sind noch nicht so weit entwickelt hier. Börse, Fabrik, Hafen, Leuchtturm. Was macht denn eigentlich unsere Aluminium-Produktion? Wir müssen doch jetzt mal langsam das ganze Aluminium gutgeschrieben bekommen, was wir hier unten haben. Da sind wir weiter Düsenjäger brauchen wir eben noch. Und ein paar Bomber. Und dann sind wir eigentlich so weit, dass wir in die vorletzte, alles entscheidende Schlacht ziehen werden. Ja, das erledigen wir jetzt schnell mal. Theater. Hier haben wir ein neues Schiff. Gegen Marineeinheiten. Gegen Marineeinheiten. Da haben wir ein U-Boot. Also nicht wir, sondern der Gegner. Und den Rest ja auch hier. Fliegen wir auch noch mal schnell. Jetzt können wir hier hinfahren. Und das Lager Ja, nichts in Ordnung einnehmen. So, müssen wir als nächstes forschen. Da bleibt nicht nur noch Zukunftstechnologie. Stuttgart. Ich möchte noch ein paar U-Boote haben. Atom-U-Boot braucht auch Aluminium. Ach, warum braucht das nicht Atom? Also hier Uran. Dann machen wir ein U-Boot. Gehen wir mal rein schafft. Dann machen wir nix. Dann machen wir nix. Dann können wir jetzt auch gerade nicht mehr gebrauchen. Da kann man sich hier heilen. Der kann hier auch stationiert bleiben. Mir fehlt noch so einiges. Zufriedenheit haben wir zehn gerade. Also die bauen immer noch. Deswegen haben wir es noch nicht. Sind ja dann noch ein bisschen langsamer als gedacht. Unser Bautrop da. Edelstein, ja. Eine ganz edle Angelegenheit hier. So. Dann ist unser goldes Zeitalter gleich zu Ende. Mal gucken, wo wir mal mit Gold landen. Hoffentlich nicht zu viel Minus pro Runde, aber ich glaube nicht. Oh, wir haben noch ein bisschen Gold gekriegt. Und ein Siedler. Was wir mit dem Siedler genau machen, ich weiß es gar nicht. U-Boot dauert hier nur vier Runden. Oh, gegen Landeinheiten. Und gegen Marineeinheiten. Und Stellungswechselmodus. Keine Bomber auf Flugzeugträger. Das geht. Hätte ich mal vorher wissen sollen. Dann bauen wir doch noch einen Flugzeugträger, aber nicht hier. Ja, vielleicht. Dann können wir ja auch mit den Bombern näher ran. Ach, das fällt ja auch früh auf, ne? Ja, fällt mir sehr früh auf. Dann können wir ja doch mal... Kommt der auch so weit? Ne, der kommt eh nicht so weit. Den kriegen wir da gar nicht hoch. Wir kriegen ihn nicht hoch. Das ist natürlich ärgerlich. Einmal eine ehrliche Angelegenheit da natürlich. Aber dann lassen wir den mal hier. Prodroduktion Stadion. Dauert ein bisschen. Bis wir dann nicht mehr jede Runde was machen. Und, ja. Minus 49 machen wir jetzt. Geht ja noch, würde ich sagen. Die stehen eigentlich ziemlich nutzlos hier rum. Wie können wir hier rüber? Hier wollen wir ja auch so eine kleine Einheitstruppe sammeln, um im Zweifel auch hier gleich angehen zu können. Weil sonst ist das eh zu viel für eine Seite. Naja, man sieht ja hier, wie viele Einheiten wir hier schon gesammelt haben. Hier haben wir eine Atomrakete. Das ist nur so ein kurzes Ding, oder was? Oh, ich weiß nicht. Zurück mal über Escape. Oh, zurück zum Spiel. Wurde ich die Baus, bevor wir uns selber abfeuern. Wir haben, wir haben, wir haben, wir haben, jetzt weiß ich aber gar nicht, ob das geht. Und dann gehen wir mal hier. In Bereitschaft. In Bereitschaft. Du schlägst hier tatsächlich noch, steht da vorne. Und das wäre natürlich dann die nächste Stadt hier, um da mit Heimkappenbommern Angriffe fliegen zu können. Und dann wäre eine Stadt hier sogar gar nicht verkehrt. Ich mache erstmal nichts. Und die können jetzt erstmal, das haben das Wichtigste hier erledigt, die Aluminium-Ressource für uns erschließen. Das ist recht wichtig. Hamburg. Ja, ich würde ja sagen, wir müssen auch noch das letzte Aluminium unter die Leute bringen und brauchen noch ein paar Tarnkappenbomber. So, Köln hat die Atomakete beendet und baut jetzt noch einen Düsenjäger. Hannover hat die Uni gebaut. Das Wasserkraftwerk macht ja nochmal Sinn. Macht hier noch Sinn. Stadion. Wasserkraft, ne erstmal Windmühlen. Wassermühle. Wassermühle. Ein bisschen erneuerbare Energie nutzen. Den lassen wir mal hier. Dann können wir das Jahr 2042 eigentlich auch schon verlassen. Und dann werden wir mal, haben wir von einem großen Wissenschaftler geboren. Ja, Wissenschaftler brauchen wir natürlich unbedingt. Düsseldorf hat einen Bomber gebaut. So, die kann hier ausruhen. Ausruhen. Gleich modernisieren. Und zwar gegen Landeinheiten. Mehr Einsatzreichweite. So, was haben wir hier? Bomber. Gleich modernisieren. Das ist auch unser Aluminium schon fast weg. Leuchtturm. Sonnenkraftwerk. Hört sich gesund an. Technologie entdecken. Ganz wichtig. Goldene Zeitalter. So bleiben wir auch immer im Plus. Solange wir mal immer oft genug goldene Zeitalter einläuten können, halten wir uns noch mit der Zufriedenheit sehr gut. Was braucht Bremen? Braucht eigentlich auch nichts mehr. Also gehen wir auch in den Wohlstand. Wir haben hier so ein paar Städte, die noch ganz gute Einheiten für uns produzieren. Hier tun wir nochmal eine ganze Menge immer für die Zufriedenheit. Haben die auch erstmal alle gut zu tun hier. Eine ganze Reihe Stadien gebaut. Brauchen wir auch noch eine ganze Reihe von Geldgebäuden. Jetzt muss ich ja mal so ein bisschen die Waage halten. Oh, jetzt kommt der auch sogar bald schon. Das ist ja auch gut. Das ist gut. Sechs Schiffe haben wir hier immerhin. Auch keine schlechte Flotte. Bloß die fünf Teilkappenbomber. Das ist ja schon hier auch eine Macht. Berlin hat einen Funkturm gebaut. Wir brauchen eigentlich, weil wir können jetzt schon gar nicht mehr. Hätte ich noch gerne Düsenliga mehr gehabt. Ist doch Mist. Dann bauen wir noch einen Flugzeugträger. Den wir mit Bomber bestücken. Und dann sind wir sowas von gut gerüstet. Trotz. Aber vielleicht ein paar Zerstörer noch, ne? Das sind dann fast so eine Schlachtcheffe hier. Wir können erstmal hier bleiben. Dann haben wir jetzt hier mittlerweile sieben Tarnkappenbomber. Und hier einen, ja, Düsenjäger. Den zweiten kriegen wir gleich noch irgendwo. Irgendwann. Ja, das bringt doch auch alles nix. Das Wasserkraftwerk, das wir hier gebaut haben. Das kostet Aluminium. Blöd. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Naja, kann passieren. Lieber Fabrik. Hauen wir mal was von der Kohle raus. Von der Kohle. Aber gut, ich würde sagen, das war's für diese Runde. Wir haben uns weiter aufgerüstet. Wir fangen jetzt in der nächsten Runde an, hier mal unsere Front aufzubauen. Und dann den schweren Gegner, also die Japaner, als erstes anzugreifen. Ich danke euch fürs Zuschauen und freue mich euch auch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu können. Bis dann. B간ot auf. B pasa. Phim. Weilsch. B. Vielen Dank.